In diesem Video zeige ich dir ganz genau, wo du das L3GP Nachtsichtgerät findest. Los geht's! Wenn du im Anpassungsmenü unter Nachtsicht schaust, da siehst du schon, dass sich das L3GP Nachtsichtgerät im Weltsatenspeicher in der Provinz New Sterling befindet. Hier befinden wir uns bereits und auch wenn du hier mit der Maus auf das Icon des Weltsatenspeicher gehst, siehst du, hier befindet sich das L3GP. Aber wo genau? Wenn du jetzt hier schaust, haben wir hier zwei blaue Icons. Das untere, das mit dem S, ist ein Container mit Scale-Credits und das obere mit dem T-Shirt-Symbol zeigt die Kiste mit dem Nachtsichtgerät. Zum Weltsatenspeicher selbst gibt es zwei Eingänge. Einmal den stark bewachten Haupteingang und einmal den unbewachten Seiteneingang. Und hier sehen wir auch schon in der Drohnenansicht, dass sich hier das Nachtsichtgerät ganz in der Nähe des Seiteneingangs befindet. Deshalb betreten wir jetzt den Weltsatenspeicher durch den Seiteneingang. Und hier können wir bereits die Kiste sehen, in der sich das Nachtsichtgerät befindet. Und hier haben wir das L3GP-Nachtsichtgerät. Nochmal zum Beweis. Freigeschaltet. Ausrüstbar. Und aus irgendeinem Grund verschwindet dann die Gesichtsmaske. Abonniert meinen Kanal, wenn dir das Video weiter geholfen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020